Hulika als Huli Hulika dahin auch kaum durch seine Haufen bekannt wird gefeiert. Von Hulika eine Asura verbrannt wird. Für viele Traditionen im Hinduismus feiert, Huli die Ermordung von Hulika pehla zu sparen. Gott Vishnu ging auf die Erde pehla zu retten und so erhält Huli ihren Namen. Vorher haben die Leute ein oder zwei Stück Holz zu die Hulika-Lagerfeuer begesteuert. Und dies ist stelt dar. Das Hulika von dem Feuer verzehrt wird. Indem sie versucht hat ihren Nefe pehla zu töten. Ein ehendlicher Feiertag ist Huli. Wo Menschen sich verzameln und oft so broken Beziehungen reparieren können. Das Ritual symbolisiert den Sieg das Guten über das Biosen. Hallo aller Zaitas, heute ist Preche ist über meine Huli Feuer. Wir haben die Huli draußen unserer Wohnung gefeiert. Alle Mitglieder der Gesellschaft waren mit einigen Einheimischen dort. Die alle waren für die Huli Feuer gut gegleidet. Sie bieten den Scheiterhaufen Puja an, bevor sie ihn verbrennen. Wachonkel verbrannte den Scheiterhaufen mit Hilfe einiger Zeitungen. Alle warteten darauf, dass der Scheiterhaufen brannte. Nachdem der Scheiterhaufen verbrannt war, rösteten wir das Kram und das Weizen als gesenktes Essen und brachten einen Teil des Scheiterhaufens zu uns nach Hause. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Am nächsten Tag, nach Huli-Kaar-Dihen, wir gingen auf unseren Gesellschaft Kampus zu Dholeti, mit Farben gefeiert Huli. Die Saiten waren von 10 bis 13 Uhr. Alle Mitglieder der Gesellschaft waren dort. Sie brachten sich gegenseitig Farben auf die Gesichter und wünschten einander eine frohe Huli. Und brachten sich gegenseitig Wasser. Die Huli-Leiter wurden auch von den Mitarbeitern der Gesellschaft gespielt. Dort wurden auch Getränke und Essen serviert. Alle freuten sich über der Leiter und amüsierten sich. Auf diese Weise haben wir unsere 2021 Huli gefeiert. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017